So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Hallo, jetzt sind wir da. Also unterhalte dich mit Sunny, Joey oder Strandbrutos. Ich nehme die gute Joey. Ist es Joey? Ne, Sunny ist es. Die läuft eigentlich immer genau hier auf dem Steg rum. Ihr seht schon, hier ist die Hölle los. Gucken, ob wir es hinkriegen. Möchte aber eigentlich ziemlich simpel sein. Da, 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 da. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hä? Die rennt doch sonst immer hier rum. Hat die entweder den Standort gewechselt? Ach da. Ich sage, Luca ist mein kleiner Beschützer. Zack, fortfahren, fortfahren. Aufgabe geschafft. Ja, tut mir leid für dich. Aber ihr habt es gesehen, damit ist die Aufgabe auch schon wieder erledigt. So schwer war sie nicht. Ihr müsst halt einfach dort landen, mit denjenigen sprechen. Und dann ist die Aufgabe auch schon wieder geschafft. Also echt kein Hexenwerk in dem Sinne. Ah, da kommt noch irgendeiner, Luca. Das Problem ist, ich muss das mal im Sunfield drin haben. Ah, ich bin ja immer noch da. Also ihr werdet die Aufgaben easy schaffen. In dem Sinne bin ich mit dem Video erstmal raus und haut rein.